Ersatzteile für den Kuhn und die Nummer ist auch dabei, jawoll, jawoll. Ja, ganz gut, ganz gut, hier die Schare für den Kuhn, mit Schrauben, das tut sehr viel Material. Und nun, was würdet ihr schon hier finden? Ja, ganz gut. Ja, da steht was auf dem Platz rum. Ja, und es ist 20 nach 11, sofort ab, schnell in die Kaffeebar, ich war noch nicht dort. Ja, und ein Geschenk der Zuckerfabrik. Ja, eine Lampe montieren, dass ich da am Morgen Licht habe, wenn ich misste. Ich habe die an einem anderen Ort demontiert und werde sie jetzt hier montieren, weil diese, die originale, war kaputt. Stelle ich da eine andere hin und die hat ziemlich viel Leistung. Richtig verkabeln da die ganze Geschichte. Aber ist ja nicht so schwierig. Aber ich kann es nicht filmen, ich brauche beide Hände. Ich zeige euch dann das Resultat. Und zusammengesteckt. Blau, blau. Gelb, gelb. Braun, braun. Und rein damit. Und Deckel wieder drauf. Und Testlauf machen. Ja, wunderbar, Hel. Guten Morgen zum Misten. Dort drüben ist eine Lampe, hier ist eine Lampe, und hier ist eine Lampe. Ja, heute um 16 Uhr habe ich die Numa gesucht. Und während dem Suchen hat mir Simon telefoniert, direkt aus dem Dschungel aus Kolumbien. Wir haben 21 Minuten zusammen telefoniert und hier eine Rundsicht ihres Bungalows. Ja, und das war's vom Montag auf Dezember. Danke fürs Zuschauen und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao, ciao.